Hallo liebe Freunde der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld. Es ist wieder Dienstag und damit Zeit für unsere Neuheiten der Woche. Diesmal habe ich euch zwei englische Romane mitgebracht, was viele von euch nämlich vielleicht gar nicht so wissen. Wir haben einen relativ umfangreichen Bestand an englischen Romanen. Die findet ihr in der zweiten Etage in unserer Fachabteilung. Und da haben wir ganz neu im Bestand die ersten beiden Bände von The Crescent City von Sarah J. Maas. Und da haben wir den ersten Band House of Earth and Blood und den ganz neuen House of Sky and Breath. Ihr findet da aber auch zum Beispiel die Harry Potter Romane oder auch relativ viele Thriller, Krimis und historische Romane auf Englisch. Und aus den letzten Jahren auch relativ aktuell The Bookshop on the Shore von Jenny Colgan und Postscript von Cecilia Ahern. Kommt also gerne mal vorbei und stöbert euch unsere englischen Bücher. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!